Hallo und willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir haben hier zwei Zombies gefunden. Die sollen wir doch mal untersuchen, ob die nicht was Nützliches dabei haben. Wir waren zuvor in der Besserheilgruppe. Was haben wir denn da in den Taschen? Führerscheine. Ich glaube, einige Leute können nur die Vergangenheit hinterlassen. Und was haben wir den letzten? Patronenhülle. Zwei Stück. Halt an sie. Ich bin fast schwer zu kommen. Und die Dinge werden nicht besser werden. Das ist es. Ein Nählfile. Diese Dinge sind großartig. Schärfen eine Bläde. Eine Flinte. Jamie hatte immer einen in ihrer Brust. Ich habe meine Hand, wenn ich in die Richtung ging. Ich kann nie zu sicher sein mit diesen Dingen. Hier, gib mir eine Hand. Hilf mir ja. Machen wir das doch mal. Na los, drehen wir die mal um da. Komm schon. Das bedeutet nicht, dass sie tot ist. Alles, was wir wissen, ist, dass sie hier war. Es könnte ein gutes Zeichen sein. Schau, Clem. Ich weiß, was du sagen willst, aber... Geh weg! Sarah! Gott sei Dank! Scheiße! Okay, komm mal. Wir müssen einen Weg finden. Es sieht, wie es da ist. Da ist eine Öffnung. Schau, er ist dein Freund. Du solltest das tun. Okay. Ich soll das tun? Okay. Tut mir leid. Entschuldigung, Nick. Ich bin sorry, Nick. Ja, ich check da sowieso nicht mehr. Okay. Dann mal drauf da. Und noch mal. Und ein letztes Mal. Ist das widerlich. Also, ne? Alter Schwede. Mann, 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 Mann. Es wird nicht leicht sein. Es wird nicht leicht, oder? Es wird nicht leichter, oder? Was ist es? Wie in Vermeer. Das Hachet von dir. Sieht, dass es ziemlich leicht getrunken wird. Es wird dich getrunken. Hier, benutze das. Sehr effektiv. Wir können das tun. Na gut, dann mal rein und umschauen. wer da noch am Leben ist. Das klingt nicht gut. Der Kug ist tickt. Wie können wir sie finden? Wie finden wir sie? Start mit einem besseren Blick. Nein, ich bin nicht. Ich kann nicht. Ich bin nicht. Wie geht's? Du bekommst die nahe, und ich habe die Fenster, um die andere zu finden. Geh es. Okay. Alles klar. Machen wir uns den mal. Oh, zack. Wir müssen treffen. Er ist auf jeden Fall effektiv. Wir wissen, was du machst. Jetzt schau dir das. Wir haben eine schöne kleine Ältere in deinem Arsenal. Okay. Just calm down. Wo sind die? So, die Frage ist, wo sie sind. Wo sind sie? Wo sind sie? Auf jeden Fall. Geht's. Es wird wohl ein bisschen Arbeit, um da zu kommen. Ne, das wird wohl sicherlich kein... Kein einfacher... Was soll man denn jetzt machen? Okay. Na, aber... Hallo? So, nun reiß dich da mal los, Mensch. So, und zack, und weiter. So, komm. Wenn wir uns den mal vorknöpfen. Zack, und oben hin. Ah! Du hast alles gemacht. Nice Trick, hm? Okay. Wesentlich einfacher. Also... Aber da stehen 50 vor der Tür. Das sind viele Walkers. Und wir haben etwas gearbeitet. Und was hat das Interesse des Todes? Die Leute. Ja, hallo? Wie kommen wir da vorbei? Wenn wir genug Ruhe machen, auf dieser Seite. Wir können die Walkers hier hochreißen. Dann können wir einfach nur durch den anderen Trailer und zu deinen Freunden kommen. Was denkst du davon? Ich meine, ich mache es einfach, als ich weitergehe. Lass uns einen Ruhe machen. Ich kann mich nicht. Ich bin nicht zufrieden, wenn du nicht. Was wird ihre Augen? Ich habe dich geschlossen. Warum bist du so? Ja. Sieht sehr stabil aus. Alles klar. Ähm, was ist das? Schlagen? Und soll ich nicht einschlagen? Ah, reicht nicht. Ist nicht laut genug. Ähm, so. Was noch? Haben wir nicht noch irgendwas anderes, was wir hier... wo wir ein bisschen Krach machen können? Wenn wir ein Auto vielleicht... Komm mal auf, machen wir hier. Ich wäre natürlich der Hammer, wenn er noch sagt... Natürlich nicht. Kein Schlüssel. Ach, siehste. Benutzen wir die Humpe. Äh, ja. Ähm... Ähm, wir brauchen was, was... Wir brauchen etwas. Was ist denn hier oben drauf? Haben wir da irgendwas interessantes? Irgendwie ein Schraubenzieher oder irgend sowas. Nichts. Ja. Können wir da nicht weiter... Weiter gehen? Fahrzeug-Innenraum durchsuchen. Halt! War da nicht was? Fahrzeug-Innenraum durchsuchen. Hallo! Finden wir da irgendwas anderes? Ne, nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Marikade. Da. Großen Streuner. Vielleicht hat der ja irgendwas dabei. Was denkst du? Legen wir ihn auf die Hupe. Wenn wir ihn auf dem Hohen legen, wird er weiterholt und die Walkers drehen. Just like Moths to a flame. Gib mir eine Hand. Okay, versuchen wir das mal. Vielleicht bringt das ja was. Also ich dachte eher an so'n Schraubenzieher und denn da. So, die machen sich auf die Socken. Alles klar. So, dann müssen wir durch den anderen Wohnwagen durch. So, komm. Auf geht's. Ach, da ist noch jemand. Und hinter dir. Das gleiche Spiel. Zack. Ach, Scheiße. So, unfix rein. Dann probier was anderes. Hey, are you guys in there? I don't think that's getting through to them. I'll hold them off. Just get us in there. Ja, nur komm, äh, äh, trete Tür auf. Äh, nochmal, nochmal. Jetzt aber rein. Rein, Tür zu. Aber wir haben die Tür noch aufgebrochen, also ist das doch ein bisschen schwierig. So, wir blockieren die Tür. Ah! Sarah, bitte. Wer ist da? Wer ist da? Luke! Clem? Oh, danke Gott. Oh Gott. Hat Nick ihn gefunden? Er hat einen Rund für ihn. Er hat einen Schraub gemacht. Ich... Ich sah ihn draußen. Schau. Er war da draußen. Aber wir haben ihn geholfen. Du weißt. Ja. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Da hat er wohl recht. Ich hör euch alle durch die Tür. Äh, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Ich hab' schon geholfen. Ich hab' schon geholfen. Ich hab' schon geholfen, aber ich... ich hab' Sarah hier in... Ich... Ich... Ich weiß nicht, was zu tun, was zu tun. Was ist das Problem? Ist sie gebissen worden? Was? Sarah, sieh! Sieh, sieh, sieh. Sieh, sieh, sieh. Sieh, 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 sieh. Ich hab dir gesagt, dass sie okay sind. Sarah, komm mal. Wir müssen jetzt gehen. Was ist sie jetzt? Kannst du aufstehen? Ich weiß nicht was zu tun. Ich kann sie nicht wegziehen. Ich versuchte sie, aber ich glaube Carver hat mich ziemlich gut gemacht. Ich weiß nicht, es ist nur nach Carlos, sie hat es einfach verloren. Wir haben ihn durch die Hände, wie ein Manni. Ich habe ihn für, wie lange. Und dann, während sie das Mobile-Homme sah, machte eine B-Line für sie. Ich bin glücklich, dass ihr alle hier seid. Die Tür hält nicht mehr lange. Vielleicht hört sie auf mich. Vielleicht hört sie auf mich. Vielleicht. Hör, ich äh... Wir müssen uns beeilen. Wir können nicht bleiben. Also, wir müssen sie aufstehen, oder wir müssen... Ich habe versucht. Ich habe für Stunden versucht. Ich kann sie nicht, um mich zu sehen. Schau an mich. Clam? So, dann mal los. Dann versuchen wir das mal. Sarah, es ist mir. Hi. Was? Umarm sie. Okay, das bringt nichts. Ich weiß, es ist gut. Ich weiß, es ist eine der schlimmsten Gefühle in der Welt. Seitdem... ... die Walkers... ... so viele Leute, die ich weiß, haben sterben. Leute, die ich liebe. Und für schuldige Gründe... Wir sind umzingelt. Na wuner. Wir können keine Kinder. Unsere Freundschaft... Unsere Freunde machen uns stark. Wenn alles angefangen hat. Ich habe mit meinem Freund, Lee. Er versucht, mich zu finden, meine Eltern zu finden. Er hat mich mehr als jemand anderes in meiner ganzen Welt. Er hat mich sterben. Er hat mich zu halten. Ich war so Angst. Ich war so Angst. Aber du bist immer hier. Er hat mich zufrieden. Auch wenn ich Angst bin. Er wollte, mich zu leben. Und dein Vater hat dich beschädigt, weil er dich zu leben wollte. Er wollte immer das. So, nun wach auf. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Was geht denn da? Meine Räume. Wir werden nicht mehr was zu stehen. Luke, komm hier her. Hilf mir das. Ach du Schande. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Clem, sieh, was du kannst. Ob du was finden kannst? Ein Kühlschrank. Ich habe den Kühlschrank. Wöbel, wöbel, wöbel. Was haben wir denn da? Das ist nicht groß genug. Das ist nicht groß genug. Das ist nicht groß genug. Was haben wir denn da? Was ist mit dem Weg? Ja, das würde funktionieren. Was? Oh, shit. Jetzt müssen wir aber schnell sein. Okay, ready? Auf drei. Ein, zwei, drei. So, cool. Komm jetzt. In Gange. Oh, shit. Oh, shit. Okay, ready? Wir schieben das Teil mal fix darüber. Oder auch langsam. Und versuchen durch die Dachluge abzuhalten. Äh, jetzt kommt ja noch rein. Äh, äh, äh. Okay, go, go! Keep pushing! Go! Okay, komm ich dann. Wir müssen schieben. Oh, nee, doch. Wir sind schon drinnen. Ich hab so das Gefühl, dass wir da noch ein paar Leute verlieren werden. Soll ich schnell rein. Luke, du erst. Wir brauchen dich am Top. Okay, komm. Clem. Sarah, wir müssen gehen. Oh, are you listening? I can't do it. Now, Clementine! If she doesn't want to go, you can't make her. Don't let her take you down too. Not again. Ich kann nicht. Überzeuge Sarah. Ich muss sie überzeugen. I can't, I can't, I can't. Reiß sie zusammen. Daddy, I've snapped out of it, Sarah. Please. You can't save her, Clem. We have to go. Oh, no. Believe me. I know about this. Maria! Schlag, Sarah. Oh, move! Clementine! Grab her! Raus da. Raus da. Nein. Nicht sie. Nicht sie. Oh, alle, alle geschafft. Alle sind oben. Mein Gott. Sarah. Komm her. Komm her. Wir lassen doch kein zurück, Mensch. Ist nicht immer einfach. Nee. Oh, meine Güte. Wat... Wat ne Tour. So. Durch den Wald. Wir sind in der Nähe. Wie das weitergeht, Freunde, das seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschau, tschau, tschau.